Oh, jetzt hat's geklappt. Okay. Wir... Jetzt haben wir doch noch mal kurz abgeraucht. So. Ja. Finally, yeah! So. Ich hab gehört, wir müssen die Heizung anstellen gehen heute. Weil, ähm, der Heizungsmensch, äh, da was verpasst, was verkackt hat. Äh, jetzt müssen wir das überprüfen. Und, 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 die Heizung anstellen. Das ist Twitch, das ist normal. Das ist Twitch. Twitch, 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 Twitch. Twitch, es ist Twitch. Oder so. Anyway, äh. Ja, ich spiel mal das Spielchen wieder. 33 Prozent, 8 Stunden. Oh, oh, Moment, 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 Moment. Ein Moment, warte. Moment, Moment. Bevor ich das wieder vergesse. Moment. Okay? Wir haben ja letzte Woche festgestellt, äh, im, ähm, im Skybird Sword Stream, dass, äh, man mit den, ähm, Amiibos ein bisschen zusätzliche Stuff bekommt. So, ähm, so, ähm, ich hab's hier noch nicht ausgepackt. Das wäre jetzt gerade dein Gefallen, als ich die, dass ich, dass ich, als ich die, die Lebensbalken eingepackt habe. So, Watt, Moment, ich kann einen mehr holen. Ähm, ich würde sagen, ich mach das eben schnell noch. Ich pack die mal aus. Das ist mir egal, I don't care. Die müssen für mich nicht eingepackt sein, ganz ehrlich. Ich hätte, es wäre halt, es wäre halt schön, wenn die Amiibos auch wie, wie, äh, andere Figuren halt wieder verschließbare Packungen hätten. Das wäre, das wäre schick. Steht das eigentlich da drauf, dass man bekommt? Ja, man steht da drauf. Ich sollte ja einfach mal lesen, ne? Das steht hinten drauf. Gibt's dir ein Bonus-Energy-Tank? Gibt's dir ein Bonus-Messar-Plus-Tank? F. Ja, zum Glück kann ich lesen. Ich hab das gelernt. Ja, ich habe gelernt Dinge. Gucken wir mal, ob ich das rauskomme. Ich fangen mir mal kurz die Amiibos aus. Oh, Moment. Ich hoffe, das ist nicht allzu furchtbar, so im Sound. Ich versuche, das ein bisschen weg vom Mikro zu machen. Da sind sie. So, wie muss ich die jetzt benutzen, ist die Frage. Oh, Wui. Komm, Thomas, komm raus, bitte. Dich brauche ich dringend, weil... Energy-Tank. Emi, Emi ist... Okay, I guess. Waaah! Das, Emi. So. 101 Dalmat-Missile-Tanks. Was? 101-1. So funktioniert das. Uh. Der Emi fühlt sich ja... ...interessant an. Uh. Die weißen Teile sind mega weird glatt. Der Junge. I hate you. Das ist halt nicht so sehr, aber... Guck mal. Da ist der Emi. Hübsch, ne? Und da ist dieser Amos. Doll, ne? So, kann ich das einfach so benutzen? Oder muss ich ins Menü dafür? Ich muss, glaube ich, ins Menü. Wo kann ich die Amiibos benutzen? Also, die Amiibo-Qualität ist echt hochgegangen. So, über die Zeit. Das ist schon, schon krass. Besser die mittlerweile sind. So. Ich hab da auch den... Den von Rice, ne? Der ist auch schick. Hm. Wie benutze ich denn die jetzt? Hallo? Minus? Ah, da. Auf Minus! Ähm. Ja, danke. Warte, ich wollte doch eigentlich mit Ding spielen, ne? Mit kleinen Controllern. Hey! Ne, gut. Und Amy? Zusätzlich ein Missile Tank. So. Stell ich die jetzt wieder hin. Ja, ja, ja. Moment. Ich mach die Kamera nochmal aus. Ich stell die mal eben weg. Oh boy. Ich hoffe, die fallen da nicht runter. So, ich wollte eigentlich mit dem Controll... Mit dem kleinen Controllern. Ich hab ja gemerkt, dass das eigentlich für mich anstrengend ist, ne? So. Der Violett, der ist dunkelblau, nicht Violett. Das wird spriezen. So. Ja, jetzt hab ich nen E-Tank mehr. Huch. Ne, ich will nicht... Ja, doch. Von mir aus können wir speichern. Sure. Okay. Yay! Oh no. So. So. Also, wir wollen... Ich hab keine Ahnung, wie ich hier hin... Weiß. Wie können wir da hin? Oder? Ja. Ähm. Eigentlich können wir nur da hin. Aber wie hole ich da hin? Ich weiß es nicht. Der ist hervorter blau. So. Wie spiel war das Spiel? Oh wow. Alter, mein Damage. Huch. Damn. Ich mach schon ein bisschen Damage. Ja. Aua! Das ist gut. Ich bin amazing. So, ja. Dann können wir eigentlich nur hier hin. Oder kam ihr da hin? Nein, warte. Wir kommen da her. Moment. Ich mach den falschen Weg. Nein. Moment. Ich... Warte. Komm ich da runter? Moment. Warte. Ich bin grad verwirrt. Wo komm ich her? Wo muss ich hin? Was? Was haben wir das letzte Mal getan? Wir haben... Wir haben gesehen, dass alles eingefroren ist. Müssten wir da irgendwo hier einen Gegner besiegen? Aber da kommen wir nicht durch. Kommen wir da runter? Kommen wir da durch? Aha! Gut. Ja, lass mich durch. Ja, wir spusten. Okay. Okay. Das nimmst du deinen Container. Ziemlich hier hinten. Frage ist, ob wir da hinten? Das ist da, wenn wir dann drittig durchkommen. Da kommen wir nicht durch. Da oben kommen wir durch. Und da, wenn wir dann hinkommen. Ich hab... Ich hab mir überhaupt keine Ahnung. Das sieht so aus, wenn wir hier hin müssen, ne? Oh, wir kommen da oben durch. Oh. Okay. Ne, dann... Wir gehen mal da ran. Bossfight? Sieht nach einem Bossfight aus. Nein! Warum beginne ich das immer mit dem Bossfight? Was ist hier los? Das ist... Why am I doing this? Ja, das... Das macht man so, ne? Ich hab gehört... Ach, nö. Der ist ekelhaft. Nein! Warum? Okay. Ich muss... Ich muss erstmal überhaupt wieder ins Spiel reinkommen. Juhu! Was bist denn du? Holy shit. Bäh! Ja, so würde ich auch gucken. Oh, fake. What are you? Bäh! Das ist fein. Das war bestimmt das Spiel, das wir gehört haben vorher, ne? Oh. Oh! Jun... Alter! Oh! Okay, ne, da kann ich nicht... Okay, macht er Pause. Aua! Alter! Oh, what the fuck? Aua! Oh, oh Gott. Das ist absolut ekelig. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, mein... Oh, scheiße! Huh. Äh. Oh, fuck. Oh, boy. Okay. Moment. Was ist hier los? Ich kann vermutlich mal wieder nur mit Raketen treffen. Ist das so? Oh, boy. Fucking hell! Oh, shit. Okay. Oh, Junge. Oh, Junge. Okay, das ist ein bisschen... Ah, dem Ausweichen... Oh, Junge. Das ist fies. Kannst du was anderes bitte tun? Oh, Gott, scheiße. Ah, das war nicht gut. Ah. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. What is going on? Oh, shit. Oh, fuck. Okay. Au! Oh, Alter! Ich tue die Rufleheilung. Ah, ich hasse das. Alter, die Higgs-Boxen davon sind schon echt ein bisschen keck, ne? Ja. Mit Boxen. Oh, Gott. Alter, die Higgs-Boxen davon. Oh, mein Gott. Alter. Hä? Was? Wie? Was? Hä? Ich hab mich aufgefasst. Das passiert. Was? Ich hab mich auf... Was hat er? Hä? Was hat... Hä? Er hat die Arme an die Wand getatscht, aber ich hab nicht gesehen, was man gemacht hat. Hopp, boi. Das wird jetzt dauern. Ähm. Ich hab gehört, nächsten zwei Stunden, ne? Ein Bossfight. Ah, das ist der Ding. Wie geht denn der schon wieder? Oh, ich hasse das. Mann, ey. Also, die Higgs-Boxen davon ist schon ein bisschen scheiße. Die Higgs-Boxen davon sind... Ui. Oh, Gott. Aha. Uua. Kannst du damit aufhören? Oh, oh. Fuck, ouch. Ja, ich sollte den Linkssprung benutzen. Au, das war nicht gut gesprungen. Come on. Aha. Ja. Nein. Aua. Hui, aus. Hallo, Kitty. Das Experiment. Ich weiß gar nicht, was es geht. Ich hab schon wieder auszusehen, wie die Bossfight eingefallen ist. Ich hab keine Ahnung, was ich tut. Ja. Okay. Höh! Landen. Oh boy. Okay. Okay. Komm an. Steff. Komm an. Ich hab genug bis Eis. Okay. Aus Versehen. Ja, ich wusste doch nicht, dass schon wieder Bossfight kommt. Ich hab letztes Mal auch gehört und dann, dann, also... Wie ging das? Oh. Äh, fast gleichzeitig. Was tust du jetzt? Oh Gott. How? Wait. Wait a second. Wait. Ah. Wait. What the fuck is going on? Okay. Okay. Oh boy. Was? Ich verstehe erst mal nicht, was los ist. Wie bleiche ich den denn aus? Hä? Kann ich da durchdashen? Das mutig nicht. Glaube ich nicht. Der wäre noch schöner. Mir gut. Ja, bestimmt. So, äh, huch. Überspringen. Ah, ich hasse das. Da drin zu landen, ist gar nicht so einfach. Oh fuck, das war meine Dummheit. Da, okay, das war fast ein Doppelsprung. Okay. Wir können da ein bisschen rein. Gucken, ob es wie möglich. Okay. Du genießt die Schafe. Das ist okay. Ich will erst mal rausfinden, wie der Height überhaupt geht. Ich muss erst mal wieder mit der, mit der Dings durchkommen. Voll gut. Ich will mir ein bisschen, bisschen zu oft getroffen, wenn ich weiß. Okay, irgendwie das mit dem Anvisieren. Ich glaube, die geht auch nicht richtig, ne? Wie, wie mache ich das? Ich verstehe nicht. Hä? Hä? Also, okay. Ich, ich kriege das nicht hin. Oh Gott, was machst du jetzt? Ah, nicht da drin stehen. Okay, da kriege ich wieder ein Leben zurück. Das ist schön. Okay, kann ich da eh was tun? Oh ja, ich kann weiterklappen. Vorher hat sie nicht geklappt. Warum wollte ich vorher nicht? Was? Ah. Au! Springt doch! Oh! Okay, was? Ah. Okay, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, das mit den einzelnen Joy-Kons zu spielen. Ich probiere es nochmal. Ich probiere es nochmal mit dem Pad. Ich probiere es nochmal mit dem Gamepad. Mit dem Pro-Controller. Ob das vielleicht besser geht. Das ist ein bisschen unangenehm gerade, wenn du mit den Joy-Kons. Allein gut. Yeah! Ich glaube, da habe ich, bin ich ehrlich, habe ich ein bisschen Vorteil so, dass ich tatsächlich Pattern erkenne und nicht so schlecht bin drin. Ja, Spatz! Okay, aber jetzt, äh, jetzt die Steuerung, ne? Okay. Oh, warum machst du die Seite? Was ist los? Ah! Scheiße. Der war ein bisschen gut. Huch! Ah! Ich verstehe nicht, wie es... Ah, das Anwiesenten. Ich... Also, den hier verstehe ich ganz ehrlich nicht so ganz. Hui! Ja? Okay. Ah! Okay, das ist ein bisschen gut. Ah! Ah, Gah! Die Mabel! Das, das Angesehen ist ein bisschen fummelig. Ja, das, das verstehe ich... Habe ich ein bisschen, ein bisschen nimmer möchte. Bin ich ehrlich, ja. Definitiv. Come on! Da, da muss ich definitiv reinkommen, also. Also, ich muss alle gleichzeitig... Muss ich da alle gleichzeitig machen? Mir ist das Gefühl, ich bekomme das so oder so Damage. Kann ich irgendwas gegen den Damage tun? Ich verstehe nicht. Also, den, 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 den verstehe ich nicht. Ja zu, man kriegt so oder so Damage, weil dann ist scheiße. Dann ist es nicht, nicht nice. Anwiesenten ist Pups. Komm, spring doch! Meine Güte. Okay. Ich bin ein bisschen... Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Ich... Was ist so... Was? Ich verstehe nicht. Warte. Gib mir nochmal die Steuerung. Ja, aber er unterbricht mich die ganze Zeit, wenn ich das versuche. Ähm. Ist die Storm der Siles? Hörte er gedrückt, doch. Aber das geht aber nicht vor langem. Du hast Kopfweh. Oh nö. Das ist gar eine gute, bessere Ruhe. Das ist uns anwies. Das ist anwiesend. Die sind grundsätzlich ein bisschen fummelig da. Aber da, das ist die eine Sache... Ich gucke... Oh. Ja. Ja, fuck it. Ich muss ihn einfach viel schneller Damage reinhauen. Nein, das geht. Immer wenn es geht. Einfach Damage rein. Das ist... Das ist Free Damage, den ich hier machen darf. Den machen wir auch. Ich... Ich krieg den nicht hin. Ich krieg den nicht hin. Ganz ehrlich. Ich kann es auch zwei Sekunden warten. Ja, okay. Aber auch nicht. Äh, manchmal. Ich bin hier ein paar Damage reingehauen. Das hat mir ein Konter nicht angenommen. Okay. Oh, der ist anstrengend. Das... Gut. Ich hasse das, wenn ich Konter drücke und spiele einfach so... Ha, tot! Okay. Gut. Das sieht doch noch lustig, ne? Okay, spring. Spring. Danke. Also, eine Sache, die mir gerade auffällt. Äh, okay. Spring. Mach nicht. Achso. Wah? Was war das jetzt gerade? Hä? Ganz ehrlich, fuck it. Ich weich dem einfach aus. Scheiß drauf. Nee. Oh, der war gut. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, das ist ein Merschenmittel mit dem Poké-Poké-Poké-Poké-Poké. Oh. Sollte ich grundsätzlich glaube ich den Merschen benutzen. Oh. Okay, 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 okay. Also ich glaube, die eine Mechanik, weiß ich, ich reiche die einfach aus, das ist viel einfacher. Äh, von mir aus kannst du tun. Okay. Ganz ehrlich, no. Nö, mach nicht, ey. Ich muss einfach ruhiger bleiben bei den Bossen. Ah, das war nicht gut. Nein! Oh, scheiße, holy fuck. Ah, fuck. Okay, Einsprung. Zwei. Ein. Zwei. Ein. Zwei. Knapp. Ein. Zwei. 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 Einer knapp. Knapp. Ah, das war zu knapp. Zwei. Das war keine zwei, gut. Oh Gott. Hui! Okay. Kannst du eigentlich nochmal den Rundfahren machen? Das war echt nett. So machst du. Boah, scheiße. Jui! Okay. Nein. 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 Mach ich nicht mit. Okay. Okay, okay. Ich habe nicht mehr... Ich habe nicht viele Missiles. Das macht mir gerade Angst. Warum habe ich nur das so wenige Missiles? Das ist nicht gut. Scheiße. Oh oh. Das heißt, ich muss dann stallen. Das ist nicht gut. Come on. Ich habe noch zwei Missiles. Das ist nicht dein Ernst. Scheiße. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei. Das ist nicht dein Ernst. Uiuiui. Einer. Zwei. Ich benutze gern nur Charge Beam. Das ist easy. Na ja. Ja. Fuck you. Nein. Oh. Er trifft mich da oben. Ach, Aschgesicht. Okay. Ah, okay. Uiuiui. Alter. Ich hab zu wenig schwiss als zu den. Mann. Okay. Oh boy. Oh boy. Uiuiui. Okay. Der war aber... Der war, der war, der sah nicht schlecht aus. Der fight gerade. Der war, der war schon, schon ziemlich gut. Wär ich nicht so blöd out of the missile gegangen. Hm. Ich glaub, dann hätte ich den vielleicht sogar geschafft. Das war grad nicht so geil, ne? Oder spring ja nicht doppelt. Das ist okay. der war ganz schlecht aus, aber offen ich oath euch das mir macht, macht mir nur ganz schlecht aus. Stopp. The chair. Ganz ehrlich, da warte ich lieber. Ich müsste das verschwenden. Okay. Ich kann gleich wieder machen. Okay, 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 okay. Das war jetzt der dritte Versuch, glaube ich. Dritter oder vierter? Oh, vierter. Vergiss es. Nein. Mach ich nicht mit! Okay. Einsprung. Zwei. Einer. Zwei. Einer. Einer. Zwei. Okay. Boah. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ich habe wieder Versace. Das ist gut. Du musst mitsehen! Ich hoffe, ihr habt alle Tode mitgezählt im ganzen Spiel, ja? Das wird nachher abgefragt, wenn ich das genau weiß. Okay. Wieder das. Running. Einer Sprung. Zwei Sprung. Einer. Zwei. Einer. Einer. Zwei. Das war nicht zwei. Okay. Mach es gerade nochmal. Das finde ich nicht so geil. Okay. Okay. Meine Büsse, es geht schon wieder langsam aus. Das macht mir Sorgen. Das finde ich nicht gut. Das ist nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Nee, nee, nee. Sag ich nein dazu. Ich nehme diesen Feind nicht an oder so. Okay. Nö. Nö. Ich habe keine Lust da drauf. Okay. Ah, fuck. Okay. Okay. 33. Das kann man sich selber experimentieren. Ja, klar. Rauf. Nö. Und ein Sprung. Und zwei Sprung. Ja, fuck. Ja, jetzt komme ich in ein Problem. Ich komme in ein dezentes Problem. Eins, zwei, eins, zwei. Das war einer. Eins. Und fünf. Eins. Und zwei. Warum springst du gerade nicht? Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Das ist wirklich gerade gar nicht. Boah, scheiße. 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 Okay. Ich will nicht. Ich will nicht. Nee, ich will nicht. Okay. Okay. 34. Denied. Ich meinst, die Chargeschlüsse machen mehr Damage. Das Problem ist, ich habe ein Problem mit Chargen und gleichzeitig rumrennen. Das geht mir so auf die Hand. Das ist nicht gut. Okay, ein Sprung. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Unten bleiben. Eins. Und zwei. Ich meinst, da haben wir das gleiche Pattern. Okay. Come on! Hör doch auf damit! Ah! Einsprungen. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Unten. Eins. Zwei. Ich treffe nicht. Was wir da was? Woi! Au! So machst du? Ja. Okay. Okay. Raketen. Ich hau wieder 30 Raketen rein. 9 mal 15 Minuten, also. Sag mal. Wie viel Leben hat das Vieh noch? Mach ich irgendwas falsch? Hat der Mechanik? Ich glaube, ich mach irgendwas falsch. Der lebt immer noch. Ich kann nichts tun. Was ist das denn? Komm mal an, stirb bitte. Kannst du nicht sterben? Okay. Okay, der ist einfach Tank as fuck. Einsprung. Zwei Sprung. Das war nicht zwei, einer. Hallo! Würdest du bitte meinen Doppelsprung annehmen? Spiel. For real. Zwei. 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 Okay, aus immerhin. 3, 2, 1, Punkt. Keine Regeln mehr. Wieder. Keine Missiles. Missiles sind eh was für ein... Ich geh halt. Sachma. Hast du's mal? Oh! Okay. Ja. Noch da. Nö. Nö. Ich hab keine Lust auf deinen. Einsprung. 2, 1, 2. Das war hat wieder nicht angenommen. Das ist sehr schön. 1, 2. 2, 2, 1. 2, 1, 2, 1. Ah, fuck. Es hat's nicht angenommen. Verarsch mich nicht. Ja. Willst du bitte? Ein Sprung annehmen! Holy! Das passt mir grad nicht mit dem Leben. Das ist nicht so geil. Komm mal, bitte stirbt doch endlich. Also, langsam wird's los. Es zieht sich unnötig in die Länge. Einsprung. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Eins. Zwei. Das ist ein Messer. Das ist ja schön. Eins. Das war's für heute. Ei, ei, ei. Oh, das hab ich allerdings nicht angenommen. Come on! Okay, es ist... Langsam ist es nicht mehr lustig. Zwei, eins, zwei... Es hat... Es hat mir wieder einen Sprung nicht angenommen. Gut. So, wie viele Messer habe ich in den reingedrückt? Etwa 300 und dem war doch scheißegal. Ah, meine Hände. Über 500. Alle! Ja, Alter. Ah, scheiße. Meine Hände. Ah, weg. Ah, Alter. Das waren jetzt die Viertel... Das war gerade die Viertelstunde. Nur für den Boss. Und wieso nicht durch? Das wird... Dauern! Oh Gott. Ich muss in den Beinen alle zerstören. Aber ich krieg's nicht hin, ohne dass ich da sterbe. Kann ich die auch einzeln zerstören? Also einfach, dass ich einen nach dem anderen weg mache. Maybe. Einprobieren. Ich mach mal einen nach dem anderen weg. Ich mach mal einen. Und das wird gewählen. Oh Gott. Wie bist du? Ich mach ja ehrlich zu. Ich versuche sie von dem G серь. Ich schreibe die Zermer, verwende sie eine Hände mit dem ihr. Oh Gott. Ich fühle dich ab. Und das wäre. Ich schreibe mich. Oh Gott. Wie bin ich. Ich schreibe mich. Ich versuche dich. Ich schreibe mich. Wie bin ich? Okay. Jetzt sind wir dann übrigens seitdem ich gerade ein bisschen sehr konzentriert bin. Aber ich möchte diesen Bus schaffen. Dass ich ein Bein nach dem anderen mache. Das kam dir auch sehr lange vor. Oh, du bist Barschkicks! Hat man gemacht. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Unten. Und eins. Zwei. 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 Eins. Schön. Nice. Clean. Eins. Und zwei. Okay, man kann sich den Fight auch selber schwer machen, indem man einfach den falsch macht. Das ist alles okay. Kann man schon. Okay, das hat mir mein Spielsicht angenommen. Ist okay. 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 Clean. Im Endeffekt verstehe ich die Patterns bei dem Boss. Aber wenn ich einfach schlecht bin. Aber das ist egal. Das ist ein anderes Problem. Das wird sich schlecht nicht. Never mind then, I guess. Ja. Gut. Ähm. Hallo. Huch. Bye. Das ist tot. Wir haben so einen gebracht. Scheiße. Okay. Finally. Okay. Wir merken uns, man muss die Beine zerstören. Gut. Nice. Ja, wir haben die Heizung angestellt. Wie schön. Sonst müssen wir nicht mehr frieren. Das ist toll. So köstlich schmeckt ein Sieg. True. Ui. Okay. Aha. Die ist zu. Da oben ist noch was. Aha. I see. Da oben ist die zu. Doof. Da. Hui. So kann ich bitte speichern gehen. Dankeschön. Ah. Oh Gott. Das ist eine Wand. Ich habe das nicht aus Wand gelesen. Nice. Aber das ist eine Thermotür. Das bringt mir nichts. Hey, komm her. Oh Gott. Oh Gott. What are you doing? Ah. Ah. Was? Debbie. Hem. Ich stelle mich gerade nicht dumm an oder so. Nein, nein. Alles gut. Machst du dir Pudding? Pudding! So, erstmal speichern, dass wir den Boss gesiegt haben. Wir haben den Boss gesiegt. So wird das gesprochen. Die Frage ist jetzt... Ich will da hin. Ich will da hin. Hey. Nein, bleib hier. Du bist X. Ah. Ah ja, wir nehmen mal alles mit, was wir können. Schön. Manchmal, das Bockengut sind ja immer nicht so gut. Kann ich hier irgendwie... Die Tür war halt einfach zu. Okay, aber jetzt haben wir... ...die das zu. Wir können aber wieder zurückgehen. Beziehungsweise man könnte auch... ...hier noch gucken gehen. Dann gehen wir zurück? Ich weiß es nicht. Come on. Ja. Au. Ist da so eine Wand. Nee, eigentlich... Ich weiß gar nicht. Ich hab keine Ahnung, wie wir das hingehen. Kann ich das jetzt einfach machen? Ey. Hallo. Damit ich gerne hier hoch. Äh. Wo will ich hin? Ich weiß nicht, wo ich hin will. Das ist natürlich die gute Frage, ne? Ich will der zurück? Ich meine, das andere ist jetzt nicht mehr eingeeist. Könnte ich zurück? Ich glaube, ich kann zurück. Es sollte ja da drunten das Zeug nicht mehr eingeeist sein. Warmer Karamellfudding. Oh, geil. Äh, ja. Ich geh mal zurück. Ich geh mal gucken, was wir da jetzt noch da aufsammeln können. Wie schön. Oh. Nice. Diese Wartezeiten sind super. Das Lagerfahrstuhl. Oh, wir sind da. So. Punkt ist... Es war eigentlich hier drüben, aber gar noch nichts, ne? Okay. Nein. Hier, wer? Ah! Danke. Danke. Gott dammit. Hallo. Bye. Oh. Block ist halt nicht. Ha! Okay, jetzt haben wir da ne Tür, wo wir auch noch nicht sein konnten. Missiles! Oh, ist das jetzt hin? Muss das jetzt hin? Okay. Geh mir jetzt ein bisschen this stuff sammeln. Missile! Ja! Oh, Missiles. Dodi-do-di-do-do. Dodi-do-di-do. Mehr Missiles sind mehr Missiles. Mehr Missiles sind mehr Missiles. Nice. Okay. Die Frage ist, wo war... Da unten war halt alles eingefroren, ne? Itemkugel. Da hinten ist ein... Da hinten ist ein Item. Komm ich da irgendwie ran? Da war das blaue Portal. Muss ich zum blauen Portal? Den da hab ich. Da ist irgendwo noch was? Im Kalten? War erst mal was schön geklippt, was? Oh no. Tue ich wieder Dinge. Haben wir denn hier noch so... Den hab ich, den hab ich, den hab ich. Da ist noch ein Missile-Container. Muss ich oben durchgehen. Den sollte ich ja jetzt reinkommen, ne? Hier komm ich auch wieder durch. Ha. Da sollte ich jetzt auch wieder durchkommen. Da fehlt mir da ein gesamter Raum bei Amy? What the hell? Ha. Da fehlt mir was einiges. Hui. Gehen wir einfach mal oben durch und gehen wir mal zu dem Missile-Container, glaube ich. Ich hab heute hier 50%. Heieiei. Okay. Tchung, 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 tchung. Okay. Hallo. Na? Was macht die hier? So. Äh. Das war dann... Hier einmal gerade durch. Oben ist nix mehr. Ich hier einmal gerade durch. Ah, ja. Speichern machen wir kurz. Das ist immer gut. Aber eben speichern. Speichern. Gut. Und dann gehen wir den oberen Weg. Wir gehen den oberen Weg. Huch. Das ist ja durch. Da rein. Wunderschön. Danke dafür. Könnte ich jetzt so wirklich auch durch. Oben durchkommen ist ein bisschen mühsam vermutlich. Ist das sonst doch irgendwas? Was ist das? Das sind die Gesamtladestationen. Ich könnte, ob ich hier durchgucken gehen, was da noch ist. Ob da noch irgendwas ist. Jaja. Damage... Damage... Üstens. Ist, äh... Nee, unten durch. Und dann... Hoch? Das ist ein hoher Raum. Das ist wieder Stuff, den ich glaube ich noch nicht brauchen kann, ne? Und bekannte Ressource. Was auch immer das ist. Oh nein, Bayern. Feine Schuld. Blame Bayern. Warte, wie? Was ist? Was ist? Moment. Hä? Powerbeam. Warte. Wie? Wie, das schon wieder? Ah, ich habe nur Plasen, ich habe keinen Bauern, so sieht's aus. Da komme ich halt hier doch noch nicht durch, oder? Außer ich bin dumm. Das ist auch gut möglich sein kann. Will ich jetzt nichts dagegen sagen. Wuii. Und da runter. Jetzt sind die hier drüben. Ah! Und... Wir können... Den habe ich. Den habe ich. Da oben ist theoretisch noch ein Messer-Container. Wenn ich da unten... Und hier ist auch noch irgendwas. Ähm... Wie habe ich denn Dings aktiviert? Nee. Fuck. Warte. Äh. Ich muss... Wie mache ich denn? Äh. Ich drücke auch immer B, ne? Schlimm. Ah, hier rüber. Nicht hier irgendwas? Hm. Scheint aber nichts mehr zu sein. Was? Was? Was hier? Ich bin verwirrt. Okay, hier drücken war ich auch nur in der Tat. Ah, warte, okay. B, ist von der anderen Seite. Den kann ich nicht kaputt machen. Da unten muss da... Hier war der blauer Teleport. Ah, ich komme zu weitem hier. Oh, nice. Äh. Screw Attack! Yes, feiern erge mich wie die rauchen die ganzen Pinkwitze. Tja. Die musst du jetzt nehmen. Karamell-Salz-Pudding. Oh, geil. Screw. Was macht denn das jetzt, Röder? Hierbei ist... Übrigens, ich habe meine Switch auf Deutsch umgestellt. Weil... Ich weiß nicht, warum. Wegen irgendwas habe ich sie auf Deutsch umgestellt. Jetzt ist sie wieder auf Deutsch. Wupsi. Hierbei ist Samus beim Salto von gewaltiger Energie umgeben, mit der sie Gegner durch Kontakt Schaden zufügen kann. Ah, ich kann sie verspringen. Geul. Screw Attack, Blocks zerstört und wirksame Mittel gegen von elektrischer Energie umhüllte Feinde. Oh, toll. Geul. Oh, das ist Schnied. So. Warte, komme ich da hinten hin? Da unten ist auch noch irgendwas. Skriu. Wo ist denn das? Ja. Ah. Komme ich da rüber? Warte. Wo komme ich da unten hin? Hä? Hä? Ich komme da gar nicht ran, hä? Moment. Hä? Der Datzers habe ich gesehen. Danke. Aber ich komme da nicht ran. Die drüben sind auch. Ich muss von unten ran. Hey, ja. Okay. Ah, gehen wir halt um den Weg. Aber sonst nichts zu tun. Oh. Ups. Dann gehe ich am... Oh, muss noch rum. Und runter. Hui. Jupp. Hey. Nicht so mit mir. Hallo. Ja. Heia. Okay. Komm ich da hin. Ah. Hepp. Punk. Und nochmal. Boom. Und da hoch. Nice, Mr. Tank. Pudding. Pudding leer. Oh no. Nicht der Pudding. So. Ähm. Wir haben das geholt. Die können wir, glaube ich, das da hinten auch noch holen. Hopp. 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 Nice. Nice, nice, nice. Hopp. So. Wir haben Dinge geholt. Wie viele Items haben wir? 68%. Huh. Irgendwann, ich glaube, da noch eins. Eine Vigila-Stadt-Station. Den haben wir, da hinten haben wir noch irgendwas, ne? Da hinten wird auch noch Staff fehlen. Frage ist, die Frage ist, gehen wir den ganzen Stuff abgrasen, oder? Äh. Rx-Übersicht. Was haben wir da noch? Oh, da fehlt ja gar... Suche nach Süßigkeiten. Oh no. Viel Spaß bei der Suche. Ich hoffe, du findest auch was. Ah, da fehlt noch so viel Stuff im Unterwassergebiet, ne? Da fehlen die ganzen Räume. Hier hab ich noch gar nicht gemacht. Ah, weil ich nicht durchgekommen bin. Hier wird Zugang verschlossen. Oh boy, fehlen mir hier viele. Geh mal. Geh mal, geh mal, geh mal gucken. Mhm. Wir gehen gucken. Ich will nicht, also ich möchte nicht unbedingt 100% machen, aber so, also das, was ich sehe, möchte ich schon gern mitnehmen. Also so, was wir auf der Map sehen, was ich sonst... Ja, jetzt ist das egal, ob es das Wassergebiet ist. Jetzt hab ich ja den Graffiti-Suit, so. Jetzt kann es mir auch egal sein. Äh, Wasser. Und so. Jetzt interessiert es keinen mehr. Bluf, bluf. So, wir haben gerade am Eingang schon... Wunderschön. Einmal die Mistel direkt am Anfang genommen. Das ist gut. Äh, dann haben wir... Da vorne ist noch eine Mistel Plus. Nehmen wir auch direkt mit. Können wir da hochgucken. Uns fehlen, glaube ich, noch zwei Emmys. Kann das sein? Das wäre lustig. Stimmt, das, 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 das bedeutet natürlich auch, dass Adam jetzt Deutsch spricht. Hoppala! Bin grad verwirrt. Im Schuss besser. Aber du kannst es immer noch nicht mit der Idee aufnehmen. Die Wahrscheinlichkeit, die Idee zu gewinnen, ist derzeit äußerst gering. Ja, ja. Ja, speichern gerne. Irgendwie passt mir der englische Adam besser. Besser Container Plus. Natürlich. Aua! Schade, ich dachte, ich könnte die austricksen. Okay. Okay, bleib ich nicht aus, das ist okay. Aua! Okay. Ich weiß doch wieder mit Dings variativen aus. Uh. Aua! Ich würde das gerne mal bocken. Das könnte man tatsächlich bocken. Kamera, wo bist du bitte? Aua! Das war gut. Okay, ich muss mehr damit arbeiten. Okay. Okay. Ich muss mehr damit arbeiten. ok da war ich konzentrierte ein bisschen schlecht was ist denn hier jetzt noch das ist ein container sehr schick so da drüben da drüben ist noch ein container da ist auch noch irgendwas also irgendwo da unten ist was warte wie geht das schon da ja warum bitte nicht warte ich muss noch unten drücken aha ich hab's nicht vergessen so und jetzt muss ich noch darüber so warte da genau kann ich einmal kurz aufladen nehme ich gerne mit das leben ich mag mehr leben mehr leben ist mehr leben ist mehr leben muss man leben ah du kackfieger ja ja blablabla ah genau hier konnte ich nicht lang wegen huch oh god come on danke ok nochmal missile container das ist ja schön ja das ist eine speicherstation so das habe ich da unten ist noch was frage ist komme ich da durch das wäre ganz runter gehen nee warte das wäre nicht hier lang desi danke für den follow hallo fuck you ouch ja ich bin da pro in dem game wie man merkt ok ich will einmal unten durch dich habe ich gerade keine lust dich machen wir kaputt ups und da durch und da ich habe gesagt da durch hui ja ja niemand hat lust auf dich warum au einfach damage boosten nee warte ich muss unten rein ah nein das habe ich nicht ok das ist das komische zeug was ich schon eingesammelt habe aber nicht benutzen kann hm das kann ich nicht ok habe ich hier noch irgendwas sonst zu erledigen da ist eine munitionsstation ist wieder hoch da haben wir einen missile container hey da den habe ich das habe ich da oben ist noch einer ist ganz hoch hey den habe ich hm ne killadestation wäre es da einfacher wenn ich da von dairon ausgehe weiß ich gar nicht äh wie sieht das denn in dairon aus dabei ah da bin ich gar nicht ok in dairon fehlt mir noch ein bisschen was grundsätzlich aber da Moment dann wäre es sinnvoller wenn ich wenn ich von oben dann nochmal da hin komme dann 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 gehe ich eher ein bisschen hoch ok welcher welcher weg ist schneller hoch ich glaube wieder hier durch ich glaube der war schneller ja ja bla 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 aber tut mir nicht weh dass ich ihn nicht gar nicht was oh komm ich hier komm ich hier nicht durch das ist äh mit pump fuck ok wir gehen den anderen weg ist ok ich habe schon verstanden hei ja 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 ist auch ok äh ja ich ich kriege das hin hallo ok rum 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 äh da tue ich ne ja oh nice ja 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 geh weg kein ich habe keine keine Zeit hier keine Zeit keine Zeit so machen wir auch alle weg nice und ich bin voll mit Leben ne ich dachte meine gerne meine Kibita sehe ich halt was was wie was wie um was geht's so wir gehen da hoch hier hoch nein können wir hier hoch gehen ich glaube das macht so doch so keinen Unterschied ah nein hör auf nicht fressen bitte danke oh Moment ja warte warum gehe ich hier rein ich bin doof warum gehe ich hier rein ich kenne mich natürlich aus äh das war huch die Abkürzung gehen wir speichern wir speichern kurz ich bin so chaotisch ist so schlimm was wirst weniger gemobbt was ist hier los nichts da ähm ich bin ja da drüben hoch I guess ähm wollen wir da hoch Aua warte ich come on Samus 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 würdest du würdest du danke Samus so ne ich hab keine Lust das verstehe ich auch nicht komm geh hoch danke sehr nett freundlich von ihnen rollein Samus ups warte ist das hier richtig warum war ich nicht da unten ui hey ist irgendwas nee ist ja nicht mehr was step uh das ist noch Storm ist ein Box ey das ist nicht die das ist da äh das kann doch schwieriger werden wo ist der letzte ah da ja ja so jetzt aber ah Bombe naja so natürlich ah wusste ich ist das ein Teleporter wird der schon wieder hin ich verstehe nichts mehr Teleport Türkis bin ich da hin ich dachte wir wir vereinigen uns einfach weiter gegen Bayern klingt doch viel sinnvoller ok ich will aber glaube ich noch nicht ich wollte ja eigentlich hier noch Stuff holen will ich da schon hin ich bin mir nicht sicher ich hab da drüben noch Stuff wo bin ich jetzt ich bin jetzt hier ja den hab ich den da oben hab ich noch nicht die müsste ich jetzt rankommen ich hab jetzt Gravity Suit Kitty vielen Dank für das Subgeschenk an an Daisy willkommen bei den Trash Pandas darfst du darfst jetzt lustige Trash Pandas benutzen wow Alter der war aber schnell manchmal Alter Subalarm war aber fast ich hab jetzt keine Lust auf dich ah nein 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 hab gesagt nein so äh so ich will ganz hoch nein oh äh Gravity Gravity Suit und ah ja ja also ich immer in die Google Form geh äh okay dann nicht okay gehen wir da sogar äh äh und hier rüber oder nee warte Moment wo geh ich hin nee ich muss oben da ups aua ja ist okay danke dafür dann ups gehen wir da rein huch stimmt genau hop okay wir haben den Missal das ist das ist nice die Frage können wir können wir in gar gar woher irgendwas tun huch das ist mal wieder der falsche Knopf ich krieg's hin wie die Dominanz zeigen ach du bei dann muss man t-posen so ähm ich würde da hochkommen da hat's da noch irgendwas drüben hat's ein Missal Plus Container darf ich noch da runter kommen da hat's noch einiges stuff holy oh no Missal 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 und der Emmy hier ist zumindest auch schon tot das ist gut irgendwo hier drin ist was Wasser vermutlich könnte sein ähm ne warte hier komm ich nicht durch so oben rüber so äh ne gehen wir hoch oh das speichern ist eigentlich keine schlechte Idee mach mal kurz 26% ja ich ich war halt da und dann war ich nicht mehr da ja all die Sachen die ich gefunden habe die konnte ich nicht machen weil wir Fähigkeiten gefehlt haben okay ich mach keine 100% also äh äh yes please ich weiß jetzt gerade gar nicht wo mir die Emmys noch fehlen mir fehlen zwei zwei Emmys ein oder zwei Emmys fehlen mir noch die irgendwo rumdudeln und zwar in ich glaube keine Ahnung wo welchen fehlt mir denn noch von den Emmys der Violette hab ich noch nicht gemacht ne weil da hatte ich noch den Wasser da hatte ich noch den Graffiti sucht nicht okay ich glaube der Violette fehlt mir und der war ne warte hab ich den wilden gemacht Moment da der hier fehlt mir ja da war es der blaue Violette Violett blau 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 violett whatever okay der der fehlt mir noch und fehlt mir noch einer die wieder hab ich gemacht jetzt müssen es nicht sieben sein warte doch eins hier war eins und zwei oder hier war einer da war einer da war eins zwei eins zwei da war keiner eins zwei hier ist die drei drei das war wieder drei vier und fünf und hier sechs hier ist aber noch ein Weg weiter das ist der gleiche den muss ich dann hier oben bekämpfen okay ich schätze mal dass das intended wäre dass ich jetzt hier lang gehe ich schätze mal das gedacht wäre dass ich jetzt hier zur ja gut so gehen wir gucken ob ich da irgendwas nee bitte danke okay hopp ey hopp da ist missail ich weiß nicht was intended war das ist okay so aber da hoch komme ich gerade nicht ich muss hier rum gehen was liegt denn hier auf dem Weg liegt hier irgendwas auf dem weg irgendwie nicht so weil ich hier durch gehe ich gehe da unten hin kommen wie komme ich da unten schon wieder hin hier oben lang okay und wieder auf komm ja 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 mach halt ja 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 mach halt hab ich keine Zeit es gibt zu viele intended Wege ich glaube das ist das Problem an dem Metroidvania ne komm mach sagen wir es danke da besprung äh dann Moment ich müsste da drüben runter gehen wenn ich da hin will okay ich möchte eigentlich gerne den Missile Tank haben so gehen wir da hin ja ja hoch ne der war da drüben Moment ah hör auf ouchi da schlägt der mich einfach ab kannst du nicht einfach Schlecker benutzen was ist da los ich schaffe das irgendein ich versprach oh okay Missile Plus das ist schön wenn ich so viele Missiles gehabt hätte bei dem letzten Bus das wäre schön gewesen so jetzt ist hier aber tatsächlich nichts mehr von Interesse dann gehen wir da oben lang ich kann da oben hin da komme ich ja hin wir gehen mal da oben hin auf der Seite ist nicht wirklich irgendwas noch also wir gehen eigentlich auf die Seite okay das ist der Plan dann steht ob ich den ausfielen kann ist ein anderes Ding okay und drüber bitte oder ist auf der Seite irgendwas hier schön nix zu sein okay dann gehen wir da lang es gibt spezielle was sie haben Ambition für Sequence Break gemacht warum wie gut wie gut so ist hier drin irgendwas das ist er ist okay ei 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 ist er okay okay das ist das ist der Charge Beam okay äh der Dash das ist der Dash okay hier ist der Dash aufgeladen das ist auch schon der Dash ne ja was was willst du denn hallo aua nein aua ich krieg's hin kann ich das nicht den kann man wirklich nicht so töten lol interessant das ist mir aber cool okay muss ich oh wie mache ich denn hier habe ich hier irgendwo Platz dafür ist die Frage ich habe hier gar keinen Platz dafür wie mache ich das ich habe keine Ahnung hm äh lass mich durch hm müsste ich von da hinten würde das gehen maybe ich kann's mir auch probieren aber ich bin nicht so fähig äh huch das reicht doch zeitlich nicht hä habe ich genügend Zeit da drüben den aufzuladen wie mache ich den Schwider helb hä wie fühle ich den Schwider aus ich verstehe nicht äh ja äh ich hm hm so wie mach aber hey ei 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 ich muss hier springen und dann rüber äh das ist mir so kompliziert hä ich verstehe nicht was wie fühle ich den aus ja weil ich drück die ganze seite in die richtung sie ich bin nicht in die richtung drücken ist keiner da hilfeangabe what the fuck ähm b b b b B, 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 B. B, B. Äh, ja, ich muss... Okay, ich sollte erst einmal springen und dann Weg drunter helfen. Gut. Da ist mir die Sauern... Uch, das war nicht... Ups. Der Sprung überschreibt das. Kann das sein? Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas mache ich falsch. Ich weiß nicht was. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Das mit... Drei Milliarden Sachen auf den gleichen Knöpfen pflegt. Warum? Okay, runter. Nehm doch... Ja, also wenn du den Reppelbeam nicht benutzen willst, dann haben wir schon verloren. Okay, runter. Reppelbeam. Nee, hä? Ich kann es nur ausführlich erklären. Mein Problem ist, es steht B, drücken und tilten. Äh, ich mache doch bei Ihnen die Springe B und eine Richtungsangabe. I don't get it. Es... Hä? Schiebe Kontrolle rüber. Ja, klar. Mach ich. Gerne. Immer. Hm. Hä? Ich verstehe nicht. Ja, also Bayern, wenn du meinst, einen Tipp und nicht wieder direkt die Antwort schreibst. Dann bin ich jetzt nicht aufgezogen. So. Hm. Also das ist so eine Richtung. Moment. Kann ich nur eine Gerade machen? Hm. Hä? Wie meinst du im Raumübergang? Das reicht halt zeitlich nicht. Komm, nimm bitte mein Reppelhook, danke. Danke. Und ich weiß nicht, wie du meinst, im Übergang. Warum macht sie es immer eine Gerade? Ich verstehe nicht. Hm. Komm, mach bitte. Reppelhook, danke. Okay. Also Bayern, du darfst gerne elaboraten, wenn ich frage. Ich verstehe deinen Satz nicht. Du musst nicht einfach schweigen. Das ist aber nicht die Direction, die ich will. Hm. Das reicht zeitlich nicht. Gute Besserung, Kitty. Uh, die ist schön aus. Okay, wir rennen noch mal. Das reicht zeitlich nicht. Also Bayern, willst du... Willst du dann dich auch... ...genauer ausdrücken? Oder... So eine weite Distanz. Das ist zu weit. Och, nö. Das sind wir zielend an. Das ist ja richtig eklig. Bäh. Das reicht nicht. Okay. Hm. Nee. Das Problem ist, das reicht. Das reicht. Das reicht von der Distanz nicht, Bayern. Das reicht nicht von der Distanz. Guck mal, ich muss... Ich muss im Bild stehen. Dass es das sieht. Und da reicht die Distanz gar nicht, um das zu benutzen. Oh boy. Oh, okay. Ich muss noch mal zurückrennen. Holy Scheiß. Das ist... Alter, ist ja richtig der High-Five-Head-Move. Das war zu spät. Das war wieder nicht gereicht. Alter. Das ist... Oh. So, was ist die Maximaldistanz, die stehen kann? Okay, das ist die Maximaldistanz. Okay. Das reicht. Ui, ui, ui. Das ist aber mega gefiedelt. Nicht? Okay. Okay. Ich muss noch einen Schritt weiter gehen. Okay. 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 Das hat mir wenig angenommen. Okay. Probier's doch so zwei, dreimal an und dann ist das, was ich das sein. Das ist jetzt hier auch nicht für immer. Stecken bleiben. Ich krieg die Richtung nicht hin. Dann lassen wir's. Es ist... Auch weil die Schrägdrücke ist, macht sie die trotzdem gerade. Das ist... Ich mach das vielleicht... Vielleicht. Ein andermal. Okay. Dann. Gehen wir nach... Ab mir. Da mach ich. Nichts mehr interessant. Ah, doch. Und während trittscht noch Mistal. Ja, gut. Ähm. Gehen wir... Nach Feridia? Ich kann mir die da noch mitnehmen auf dem Weg. Da... Daran vorbei. Hier. Das wäre dann... Ah, das ist so ein Wittenweg. Ja, da komm ich nämlich auch nicht mehr durch. Ich muss hier oben durch. Ich muss... Hier durch. Oh, da oben war vielleicht auch noch was. Okay. Okay. Das ist schon da... Ah, mehr das Zeug, was ich nicht brauchen kann. Perfekt. Nope, geht's nen einfachen Weg. Äh, so, den hab ich. Äh, betrügen ist theoretisch noch etwas. Ah, da komm ich ja nicht durch, ne? Komm ich hier oben da nicht hier durch. Ich hab ja hier. Ne, da ist nix. Okay, ist hier auf der anderen Seite. Gut. Huch. Jetzt bin ich. Ah, genau, jetzt komm ich, ja, hier, hier komm ich durch, hier komm ich durch. Okay, okay, ich seh, ich seh, ich seh. Ich bin sehend. Okay, Energie aufladen. Dann. Eigentlich kann ich von unten da. Ist hier unten eigentlich noch irgendwas? Huch. Und schwapp. Oh. Nee, nicht so. Nicht so. Äh, das heißt, ich könnte hier hoch? Hm. Ja, dieser Tank. So. Den nehmen wir nämlich mit. Gut. Wupp. Huch. Bäh. Kannst du den Weg? Oh. Äh. Hier waren wir eh noch gar nicht. Okay. Können wir mal speichern? Hallo. Gerne speichern, ja. Sehr geht's. Nice. Okay. So, die Frage ist, haben wir da irgendwas? Steht das irgendwas? Hm. Okay. Naja. Daneben nicht. Daneben nicht. Hm. Oh. Hey. Oh, jetzt ist aber gut. Ja, jetzt ist aber gut. Wow. Äh. Was machst du denn, hä? Oh, ich glaub... Ich bin mir nicht sicher. Oh. Oh. Jetzt machen wir die Linien. Oh. Hä? What the actual... Hihihi. Oh. Okay. Kann ich dagegen irgendwas tun? Nee. Hä? Hä? Kann ich... Hä? Wie weiche ich dem aus? Confusion? Hä? Hä? Kann ich nicht mehr? Hä? 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 Wie? Wie. Wie schreven. Wie? 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 Und wie weiche ich dem aus? Ja. Kann ich dem irgendwie... Hä? Oh. Ja, mhm, schuld. Ja, mhm. Ist okay. Und noch das schon wieder? Hallo. Oh, oi, oi, oi. Okay. Ich weiß nicht, ob das entended ist, so, aber schon. Oh Gott. Ähm, was? Okay, also wir haben den Blauen, der verfolgt. Die Roten, die machen einfach so ein Kreuz. Also Jana macht auch ein Kreuz, aber okay. Hm. Okay. Hm. Bomberman, ja. Basically. Okay, wir suchen mal ein paar Mal den. Komm her. Komm her. Okay. 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 Ich muss ganz im Rand raus. Okay, schade. Ich dachte, man könnte ihn etwas austricksen. Nee, kann man nicht. Äh, das ist... Come on. Come on. Was ist das für ein Knockback? What the fuck? Was ist das für ein Knockback? Junge. Ist das für ein knockback? Ist das der Entended, wie man ihn besiegt? Das dauert Jahre. Na. Ich hab Das Timing finde ich noch schwer Ich weiß nicht genau, wie ich abschätzen kann Wann da Punkt gesetzt ist Wann er die Lines macht Wann ist der Punkt, wo ich mich bewegen muss Das ist ein bisschen schwer Irgendwie Ich kann versuchen in der Luft zu bleiben Und dann in der Ecke zu stehen, maybe Weiß ich nicht Vielleicht wird das besser Ich mach ihn nochmal, geh mir nochmal in die Ecke Dann macht er wieder Und mich einfach gewinnt Das hat erstaunlich gut funktioniert Das hat gerade erstaunlich gut funktioniert Hätte ich jetzt nicht gedacht Ich mach da wieder Lila Rot, Lila, was auch immer du dem sagen wirst Ist das der einzige Wege, wo man Damage machen kann? Das ist ein bisschen krass, wie das ist das noch gar nicht, was man von ihm bekommt Ne? Ja Ja Ja, das ist ein interessanter Bossfight so, oder? Also In die Boss Cool Hüi Rattisch mal Bossfight Junge Wie richtig Krass Also Spinnen Spinnen Wow Oh nee Nicht der Scheiß schon wieder Nee Ich hab nee gesagt Nee Nee Da X-Bomb erhalten Also 15 Minuten später Ja, basically Hei, 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 hei Mein kann man machen It's okay I guess X-Bombe Ist das jetzt das orange Ding? Oh boy Mit defekt Eine gewaltige Bombe Eine gewaltige Bombe Deren Druckquelle sich in einer horizontalen und einer vertikalen gerade Linie ausbreitet Hält er in morfvoll Form R gedrückt und drücke Y, um die X-Bombe einzusetzen Also Eigentlich wäre es ja schließlich eine Plus Bombe Weil es ist ja schließlich Kardinal und nicht Interkardinal Okay Jetzt werden wir aber sehr genau I see So, was haben wir denn hier alles? Oh Gott Come on Ich möchte nur den haben Danke So Aha Wie ist das gedacht? Au Das ist smart Aha Da auch nochmal Okay Das ist, das ist cool Ich fühle, dass er wie rüber geht Okay Ich will mal da die Türen aufmachen Dass ich die Tür aufgehabe So Jetzt haben wir den Abkürzungen gemacht Jetzt gehen wir Das ist jetzt schon wieder ein neues Gebiet Was mach ich hier Was bin ich tuend? Jetzt bin ich aber hier oben Hä? Okay Ich tue wieder Dinge Warte, das war aber das letzte Gebiet Will ich da hin? Wir gehen mal gucken Keine Ahnung, ob ich da hin will Ich habe das Gefühl, ich könnte eigentlich den letzten Amy besiegen Also den zweitletten Ich glaube, ich könnte den Violetten Amy besiegen gehen Wenn ich wollen würde Das ist jetzt auch schief Yes Ja, wir sagen, ich gehe Aber ist dann hier nicht der Endboss? Ich weiß ja nicht Ah, es regnet Wir sind auf der Oberfläche Wie schön Hanubia Happy Hanukkah Ah, was? Do I want to go there? Ich weiß nicht Ob das eine gute Idee ist Ich habe das Gefühl Nicht Ist das eine gute Idee? Hi Adam Es geht So Und Klar Yay Es gibt aber noch ein Problem Die Zerstörung des Planeten wird die X-Parasiten vernichten Aber es ist unwahrscheinlich Dass Rätenbieg dabei fachlos zusieht Er wird versuchen zu fliehen Sobald er die Gefahr geht hat Okay Rätenbieg sucht nach der Metroid Es ist eine große Gefahr für die Galaxien Der wird nunmals aufgeben Die Chancen stehen immer noch schlecht für dich Aber du musst es hier zu Ende bringen Ich suche nach seinem Aufenthaltsort Komm später zurück Dann werde ich berichten Also Ich soll zurückgehen heißt das Ich bin noch zu früh hier Das ist okay Dann gehen wir halt Die war wieder zurück Ich wollte eigentlich eh Ich wollte eh nicht hier hin Was ist aus Versehen passiert? Ich wollte nämlich Da ins blaue Gebiet Das eine blaue No Morder Ja sonst mordet der nur mich Was ist das? Ich will nicht gemordet werden Morder ist böse Niemand mag Morder No Morder No Morder please Ah Easy Ja klar easy Bestimmt Vielleicht würde ich da die drei Stunden Bei dem Boss hängen Oder so ein Scheiß Mal wieder Ich habe beim ersten Viel zu lange gebraucht Weil ich dumm war Ja beim ersten Also beim ersten heute So Beim ersten ersten auch Ich glaube ich habe in jedem Bossing gefühlt eine Stunde gesessen Ich will eigentlich nämlich dahin Das war mein Ziel Das heißt ich muss da rüber Du die du die du Eiber alles quer durch Hui Oh Keine Zeit für dich Hepp Hepp Und hepp So wir werden nämlich hier durch Schlabba schlabbi Moment Kann ich Warte Kann ich die da holen gehen Moment Ich gehe nochmal zurück Danke Das war mein Ziel Wie ich die Töte aufmache Weiß ich immer noch nicht Was ist ein Teleporter Okay Ähm Vielleicht hier hoch So Dann gehen wir nochmal da rein Schade ich dachte Das reicht Oder Das reicht nicht Okay dann Dann nicht Ich schätze immer Dass ich die eine Fähigkeit Dann brauche Ähm Wie komme ich denn da ran Ich verstehe nicht Wo ist denn da Moment Der ist da unten Ah boah Ja ne Das wird zu viel Auf Irgendwie Ne Das gehe ich nicht holen Auf jeden Fall nicht jetzt So Wir gehen rüber Wir gehen Den Sechsten Emmy Verklopfen Den sechsten Emmy Das ist schön Landezeiten Heihei Ich bin so schuld Zwei Stunden dabei Holy shit Ich habe zwar gar nicht So viele Spielstunden Wie viele habe ich jetzt Dann mit den zwei Stunden Bin ich jetzt irgendwie Auf zehn oder so Geht eigentlich noch So Dann sind wir nämlich Hier Oben Und hier Weiter Da unten durch Ich drehe dich auch Da oben durch Also dann Peenblock Ich drehe dich auch Oh Okay, da verstehe ich jetzt wieder nicht, wie ich da hin und das hin schaffen soll. Hä? Okay. Okay, ähm. Hm. Okay, äh, so gehen wir einmal so, können eigentlich da runter. Ist da offen? Gute Frage. Ähm. Da ist offen. Okay, dann gehen wir jetzt eigentlich genau, ja, wir gehen jetzt gerade. Hm. Okay. Oh. Ich gehe durch. Ah. Da komm ich durch. Okay. Das ist grad ich, ob ich den richtigen Weg gehe. Da oben wäre dann ein Speicherpunkt. Hey! Muss ich hier durch? Ja! Lass uns dich doch bitte oben festhalten. Danke. So, ähm... Einmal alles angeln, okay. Okay. Warte, da war auch noch irgendwas in der Wand, oder? Hä? Wie? Was? Was? Okay. Äh, ich will eigentlich gern zum Speicherpunkt. Okay. Oh, ich kann nicht zum Speicherpunkt. Ähm... Ja gut. Äh, du? So. So, äh, dann einmal die Bomben. Die Bombe, so. Huch, dann gehen wir da runter. Hm. So, bevor wir aber zu Emi reingehen, muss ich ganz kurz Pause machen. Bin ich gleich wieder da. Und dann gibt's wieder Spaß mit Emmis. Yay. No, yay. Let's play your level. Genau. Also, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Ich bin 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 gleich. Oh, ich habe keine Lust auf die Amis. Ah, das ist der Scheiß-Ami. Ich hasse ihn jetzt schon. Kann ich speichern. Kann ich speichern. Nein, okay. Kann ich speichern. Töte. Ich möchte gerne speichern. Ich gucke mich, das speichern, eh, wenn ich den Kumpel verlasse. But you know. So, ich bin da oben in die Ecke. So. Einmal den ersten Raum. Okay, ich werde da runter müssen. Und ich so rum. Da hoch. Da wurde ich von der Seite in den Speicherraum. Ja, das ist gonna be fun. Und da bei ihm. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Never got it lost Bye Jetzt bin ich aber hier unten Ich will ja nicht hier unten sein Oh Gott, ich könnte da speichern Ich muss eh wieder hoch Ich muss vermutlich da hoch Dummerweise war jetzt Emi halt Bis in die Richtung gegangen Das fand ich gerade doof Aber ich muss da hoch Ah Oh Die Framedrops Holy shit Oh Hmm 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 Okay, sorry, ich bin gerade vorne konzentriert. Okay, jetzt darf ich den Emmi noch verprüfen, scheiße, ach nee. Eieiei, bin mir jetzt gleich konzentriert. Okay, Omega Blaster, wie schön. Ja, Omega Blaster, Omega Kanone, Omega Laser. Und jetzt? Okay. Wo geh ich hin? Habe ich das Wasser abgelassen? Okay. 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 Oh god. Das ist mir zu knapp. Ah fuck. Oh, das war der falsche Knopf. Hups. Hm. Hä? Wie mache ich das da am besten? Ui, ui, ui. Okay. Hm. Wie? Ja, ich lasse das Wasser noch. Okay. 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 Ne, das ist zu knapp Das ist viel besser hier Oh Okay Das speedet auf einmal Kann ja nicht einfach speeden Okay, wir probieren das nochmal Aber ich glaube, der Approach ist nicht so schlecht Da erst hochgehen Es ist ein bisschen, dass man das hier alles nochmal machen muss So Ah Okay. 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 Die ganze Distanz hat gereicht. Holy shit. Okay. Okay. Mein Herz. Okay. Nice. Das war nicht schlecht. Das war der beste Approach, den ich haben konnte. Aber die größte Distanz, die es wohl gibt. Es war vor allem ein guter Schuss, wenn ich den jetzt verfehlt hätte. Wavebeam erhalten. Ist das jetzt der, der mir gefehlt hat? Das ist das Orange. Wavebeam. Oh, verschießt eine Energiewelle, die feste Materie und Gelände durchdringen kann. So wie Y zu schießen. Wavebeams können Wavebeam-Panzer rum zerstören. Aha. I see. Okay. Nice. Ja. Oh, die ist offline. Perfekt. Okay. Nice. Das heißt, wir können da oben durch. Oh, wie gut. I see. Popp. Hopp. Ja, das heißt, wir gehen speichern. Aber was ist denn das Oroschene, was mir da fehlt? Fortspiel speichern, gerne. Ja, klar. So, den obligatorischen Amy haben wir jetzt auch besiegt im Stream. Das ist gut. So, das heißt, wir können jetzt nämlich auch da durch. So. Wir gehen aber doch wieder in unser Schiffgebiet. Äh, ja, Hannu, ja. Gezogen auch nochmal an Amy? Gute Frage. Waren es sechs oder sieben Amy's, die es gibt? So, insgesamt. Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Hmm. Hm. Hm. Ups, das war nicht der Wrapple Beam, das ist der Knochen. Jaja. Come on, wer ist schneller kaputt? Offensichtlich nicht ich. Was? Nee. Okay, geh mal mal gucken. Ah, so. So, komm mal da durch. Moment. Äh, das ist 11. Warte mal auf der Seite. Hm. Das ist jetzt nicht so geil. Äh. Oh, was machen wir jetzt? Okay, lass mich nochmal da hin gehen. Hä? Moment. Hä? Okay. Kann ich von den Leuten überhaupt irgendwas tun, außer den Weg da aufmachen? Scheint ja nicht. Okay. Geh mal wieder zurück. Alle 6 sind fertig. Dann gehen wir wieder von der anderen Seite her, glaube ich, am besten. Das gibt vermutlich am meisten Sinn. So. Heia. Schade, ich dachte, ich komme hier durch, aber schaffe ich nicht. Vielleicht, wenn ihr wisst, wie man richtig glitscht, dann könnte man das bestimmt tun. Aber ich habe keine Ahnung, wie man richtig glitscht. Bei mir passiert das nur aus Versehen und nicht, weil ich will. Dummerweise. Hehehe. Hehehe. Das kann ich. Das kann ich. Sehr gut. So. Äh, dann müssen wir in dem Fall darüber. Er ist zurück. Ja, ja. Komm on. Das ist kaputt. Oh. Oh. Okay. Hey. Hey, du. Ich habe schon richtig. Huch. Ja, danke. Da muss ich durch, so. Krieg's hin. Vielleicht, eventuell. Hab ich auf dem Weg einen Heilung? Ich hoffe. Müsste. Vielleicht, maybe. Aber ich weiß es nicht. Das sehen wir gleich. So, gehen wir zurück. Das Schiff ist jetzt auch blau. Kann es sein, dass das Schiff blau ist, weil ich alles habe, was ich brauche? Wo hat das Schiff für mich irgendwie horsch geleuchtet? Jetzt ist es blau. Hat das etwas zu bedeuten? Also mir fehlt eine Fähigkeit, fehlt mir. Ich hoffe, ich schätze, ich bekomme die da noch in dem Gebiet. Vor dem Bossfight. Dass man dann theoretisch sagen kann, ah ja, Backtracking und dass man die ganzen Items holt dann. Äh, haben wir auf dem Weg jetzt einen? Da drüben ist einer. Das ist eine Energieleitestation. Das ist, ah, das ist eine Gesamtleitestation. Alles easy. Hui. Perfekt. Einmal komplett laden. Wie schön. Dann. Gehen wir da hoch. Und ziehen. Und durch. Dann speichern wir nochmal einmal kurz hier. Aber wir haben zwar auch direkt einen Speicherpunkt am Ende. Whatever. You know. Lieber einmal zu oft speichern, würde ich mal sagen. Dann gehen wir rüber. Ich kann hier genug auf die Stabweichern. Das ist so. Dank Resetti bin ich kaputt. Und habe immer das Gefühl, ich muss 13.000 Mal speichern, bevor ich irgendwas beende. Sonst labert der mich wieder zwei Stunden voll. Als ich ja meine Konsole ausgestellt habe. Auch wenn sie abgestürzt ist. Spaß. Als Kind. Da lernt man was. Oder auch nicht. Maybe. Vielleicht. So. Puh. Wenn ich nicht alles gesammelt habe. Aber irgendwie. Also ich habe. Ich habe doch einige Sachen mitgenommen. Ich habe nicht nichts. So. Nebenher ist das ganz okay, oder? So. Ah. Hier ist eh auch nochmal eine. Eine. Munitionsklassestation. Hi. Na. Kann ich speichern. Ja. Oh no. Ah. Okay. 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 So, ich will aber gar nicht da unten durch, weil ist er ja drüber. Okay, oh no, oh no, kommt was rein, oh no, ho, ho, dramatisch. Oh no, das ist nicht gut. Okay, das zeigt mir jetzt eigentlich, wo ich hin muss und das nicht. Okay. Och, nö. Äh, da ist schon wieder ein scheiß Evo. Okay. Was? Okay, das ist geil. It's well made, I guess. Das ist cool. What the fuck is going on? Oh shit. Oh shit. Kann ich irgendwas drücken? Nein? I don't know. Oh. Hat sie den jetzt einfach grad so kaputt gemacht? What the fuck? What just happened? Oh, die Musik! Oh no. Wah, nicht! Oh, nicht. OK, dann geht's dir das jetzt nicht. Oh, nein. Yeah. Oh, nein. Oh nein. Oh nein. Äh, kann bitte die Frames nicht so sterben. Wie hat man das Schild schon wieder weggemacht? Ah, da war's. Oh, Mist. Come on. Come on. Mach das Schild nochmal. Mach das Schild. Okay. Alter, die Frames, die grad sterben. Okay. Warte. Switch, beruhig dich bitte. Holy. Kann sich bitte meine Switch etwas beruhigen? Nee. Nee. Oh fuck. Okay, oh shit, what the fuck is going on? Okay, yeah, okay, das ist irgendeine geile Kraft, gut. Let's go, oh shit, ha, so, ich wäre dafür aber, dass die Flames nicht einbrechen, wenn ich deine Busbekämpfung muss, Samus ist pisst, bist du sicher, ich weiß auch nicht, Powerbombe erhalten, Starseeds ist im Orangen, Mann, okay, Powerbombe, eine Bombe mit verheerender Wirkung, gewaltigem Wirkungsradius, halte in Morphballform, zum Aufladen R gedrückt und drücke nach vollständiger Aufladung Y, der Einsatz verbraucht Powerbomben Munition, Powerbomben können Powerbombenblocks zerstören. Boah, Alter. Also, das ist ein dezenter Auratel. Okay. Ey, der muss uns das jetzt erlauben, ja, true. ...... ... Ich schaue ... Also, viel, ich schaue ... Whoa ... Was schön! Beziehung, Blöcke. Okay. Ah, da. Ach so. Schon so zwei Overkill, ne? Aber nur zwei. Nur zwei Overkill. Oh, was ist das? Ach so. Samus hat kein Schild. Scheiß. Äh. Wie komme ich denn da rum da unten? Okay. Junge. Alter. Das ist krass. Hm, das sollte ich eigentlich zurückkommen, ne? Das sind die Powerbumpen-Dinger, ne? Was blickt mir das, wenn ich wieder hier unten bin? Hallo. Hey Adam, ich habe Dinge gefunden. Die machen Dinge. Das haben wir uns geladen. Das sind dingig. Samus, du hast eine neue Kraft erlangt. Die Geschwindigkeit, mit der du Energie aufnimmst, ist ohne Zweifel meiner Metroid die Endes geschuldet. Ach so ist das? Aha. Ja. Okay. Mhm. Mhm. Perfekt. Ich habe eine Festung im Himmel hoch über Hanula entdeckt. Dort muss er sein. Schön. Wie komme ich da hin? Die Zeit ist reich. Samus, erhielt dich bei einem Schicksal. Ich will mich aber nicht ergeben. Haa. Okay. Schon. Ich bin jetzt Metroid. Ja. Ah, da drüben komme ich hoch. I see. Und da komme ich wieder da oben hin. Ja, äh, let's go I guess. Ah, aufladen. Einmal kurz aufladen. Einmal kurz aufladen und nochmal speichern gehen. So, just for things. Möchte gern einmal aufgeladen und gespeichert haben. So mit voller, äh, voller Dingsbums und so. Bleh. So. Let's go. So, oh, war der Top. Kann man mal holen. Die Blöcke kommen ja nicht wieder, ne? Hab ich. Denke ich. Weil ich meine, ich hab Dings zerstört, oder? Warte, ich will's noch kurz ausprobieren. Aber wenn ich jetzt hier speichere, dann sind die Blöcke nicht wieder da. Oder? Wir gucken einfach mal. Ne, bleibt kaputt. Hm. Ah da. Da. Hier keine wisse Statue, aber. Kann ich aufladen. Hm. Ah. Missile. Nice. Okay. Ein Missile-Container. Geh ich grade richtig? Leider, die Töter kann ich ja nicht aufmachen. Ich muss. Seinziger Weg. Ah ja. Schön alles aufladen. Hier komm her. Äh, wissen wir so, was ist da drüben noch? Irgendwas? Ne. Es gibt noch mal. Noch mal so'n Typ besiegen. Ah. 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 roadblock. Ah. Ok. Hat meinen Ausblick nicht gemacht? Ah. Oh, warte, ich muss Scrappen. Okay, I see. Ich sehe das Problem. Ich sehe, was ich tun muss. Ich sehe, was ich tun muss. Oh, okay, ich habe aufgeladen, anstelle zu springen, das ist auch doof, okay. Naja. Ja, ich nochmal diesmal mit mir leben. Sich nicht durch die Phase kommen, wenn ich kein Leben habe, hallo? Ja, das haben wir gesehen. Oh. Oh. Okay. Nee. Aua. Aua. Spring doch! Ey. Ich hasse das, wenn das Impfwurz nicht annimmt. Drücke Zeit, das war springen. Das war 18, die springen. Genau. Ei, ei, ei. Warum hält der so viel aus? Das ist voll... Okay, do it again! Okay. 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 Das darf es nicht noch. Wow. Mann Hei ja Mann Warum wechselt er die ganze Zeit das Pattern? Hör doch auf, das Pattern zu wechseln Mann Das nervt mich Aber das Pattern zu wechseln Ah Okay Come on Warum? Was? Warum machst du das irgendetwas anders? Ja, Alter, das ist jetzt aber unfair Mach, mach halt einfach irgendwas Warum mal ein Pattern halten Mäh Hei ja Ich weiß nicht, ob ich mich gut schlage Ich sterbe viel zu oft gegen den Kann ich den damit töten? Das macht mir halt auch so viel Damage Ne? Guck mal Ich bin hier einmal getroffen und tust einfach zwei Leisten weg Das ist doch nicht schwer Ja Was soll der Scheiß? Nee, nee, for real. Hast du den gesehen? Was? Ich... Der ist nicht fies, der ist es unfair. Es ist nicht konsistent, was er tut. Der Boss ist nicht konsistent. Ist da nichts mit fies zu tun? Das ist einfach schlichtweg unfair. Ja, mach dein Schild, come on. Sollst dein Schild-Move machen? Nimm. Okay, nee. Ob, tödlich. Das machen wir nochmal neu. Das machen wir nochmal neu. Wenn er wieder den Grapple nicht annimmt. Ja, das war gut. So. Try again. Und das hat... Ich weiß nicht, wie das einfach wieder random irgendeinen Scheiß macht. Manchmal, ja. Manchmal, manchmal... Manchmal springt er zweimal. Manchmal springt er dreimal. Manchmal spuckt er zweimal. Manchmal spuckt er dreimal. Manchmal... Keine Ahnung. Es hat keine Konsistenz. Manchmal spuckt er zweimal. Onzee tempsst scorch. Manchmal spuckt er zu oft. Manchmal spuckt er zweimal. Also... Wasere nicht geil. J.-Mely serving sound, anderer rat vom. Siehst du? Die Konsistenz ist nicht da! Okay, einfach absorbieren, so. Aber hast du gemerkt? Einfach einmal so, ja, jetzt spucke ich dreimal. Und mein Problem damit ist halt, das Spucken ist nicht immer zum gleichen Zeitpunkt. Das verwirrt so sehr. Das ist so ein... Okay, also genau den Punkt in der Animation, jetzt lockt das, wo ich bin. Irgendwie ist es nicht so. Also es fühlt sich nicht so an. Ist das Fenster zu groß? Ich weiß es nicht. Hm. What's this? What is this? Ah. Wo? Da. Möchtest du nach Itorash? Eigentlich nicht, nein! F. Okay. Yay! Hui! Oh! Da yeetetet er mich einfach. Werd ich wirklich yeetetet? Das geht. Samus wird yeetetet. Hm. It's time. It's time. It's time, die nächste Stunde Bossfight zu verbringen. Aaaaah. Aaaaah. Oh no. Hätte ich die Gewand? Nee, ist nix. Okay. Ich will... Na? Oh. 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 Ah, hier stand er die ganze Zeit. I see. Yay. Oh, ich darf vorher noch einmal aufladen. Wie schön. Der spielt direkt voll. Neeeee! Gehen Asiet besuchen. Genau. Oh, er wird doch vorher speichern. Wie schön. Direkt vorher und Speicherpunkt. Ai, ai, ai. Das wird jetzt lustreich. Ganz ehrlich, glaube ich erstmal einfach mal gucken, was er tut. Die geht ja aus, wie ich packe. Oh, Gott. Hm. Oh, whoopsie. Sorry, tut mich sorry, dass ich das kaputt gemacht habe. Hoppala. Ja, hoch. Auszug verwenden. Ja, okay. Wir versuchen es. Wir splocken. Was denn? Jetzt habe ich jetzt schon gemacht. Oh, hallo, Adam. Es scheint, als hätte deine Metroid-DNS bewirkt, dass du zu einem Metroid-DNS bist. Normalerweise hätte das sofort nach der DNS-Transplantation geschehen müssen. Ich bin jetzt ein Metroid. Nice. Meine Toa-DNS müssen den Prozess verlangsamt haben. Die Toa waren der einzige Stamm, der die Metroid-DNS kontrollieren konnte. Auch wenn du ihre DNS besitzt, so bist du doch keine Toa. Deine physische Kraft liegt nahe, dass du auch noch den DNS besitzt. Oh. Ja, Standard-Dinge. Das klingt aber nicht so gut. Du bist jetzt ein Metroid, Samus Aran. Deine Existenz ist eine Bedrohung für die Galaxien. F. Ich dachte, ich wäre Samus, das muss. Okay, lass mal. Dennoch gibt es keinen Grund zur Sorge. Du kannst immer noch zum galaktischen Frieden beitragen. Du musst nur deine neuen Fretze richtig anwenden. Danke. Okay, ich kann do that. Hoffe ich. Befolge meine Anweisungen weiter, inso toll wie bisher. Das reicht schon. Mehr musst du nicht tun. Hm. Mein Auftritt, wie er auf Zeit, wie er war, ist zufriedenstellend. Und zudem hat er, wie erhofft, auch meine Metroid-Kräfte erweckt. Es war richtig, dich bei unserer ersten Begegnung leben zu lassen. Der fürchtige Eindruck hat mich nicht getauscht. Unser wirklich und überdief meine Kräfte. Nur mein Plan kann Ordnung in der Galaxien herstellen. Natürlich ist er böse. Ich bin meinem Schicksal. Samus, das ist ein Befehl. Ungehorsam wird nicht gewöhnt. Schurl. Natürlich ist er böse. Er heißt Adam. Beziehungsweise der Typ ist böse. Er war die ganze Zeit hinter allem. Shit. Oh no. Na das, ähm, oh, Plot. Da, da, das Plot. Na, das Plot. Kannst du mich bitte nicht in der Ecke einsperren? Was tust du? Oh. Aua. Aua. Junge. Oh, das wird nicht gut. Was ist das schon wieder? Aua. Was hast du für eine Range? Äh, hä? Was ist das? Heu, 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 heu. Ah, uh. Alter, ich. Kann ich den auf easy spielen? Ich will den auf easy spielen. Was macht das genau? Was macht das genau? Hä? Ich verstehe nicht. Was? Was, was macht diese Kugel? Ich habe nicht verstanden. Ich habe gehört, die machen die nächsten drei Stunden, diesen Boss weicht. Oh no. Ich muss erst mal rausfinden, wie der Bob geht. Ich bin momentan noch verwirrt, was seine Moves sind. Jaja. Okay, also hat unser Papi, hat der Atom, hat den Atom gemacht. So. Kaputt machen. Okay, am besten würde ich nicht mit reinspringen. Aua! Ich kann... Alter, ich schaffe es dem nicht auszuweichen, ne? Ich komme nicht auf die Höhe, dass ich über den Trübeln springen kann. Alter, was ist denn das für... Hä? Ich... Kann ich... Ich bitte, ich muss jetzt das wie hinboxen. Ja. Ich... Das ist fair. Ja, definitiv. Ich... Ich komme nicht über ihn drüber. Ich kann... Hä? Ich verstehe nichts. Was? Ich glaube, ich darf ja jedes Mal die Katzchen angucken. Also den Aufzug angucken. Kann ich die nur mit Missreis kaputt machen? Oder... Wie sieht das aus? Alter, das ist auch so unfair. Alter, du kannst doch nicht so den Fight beginnen. Wie kannst du nicht irgendeine Frisse kloppen? Alter! What? What? Hä? Ich verstehe nicht. Ich finde die Fight jetzt schon scheiße. Ganz ehrlich. Der Fight fühlt sich nicht mehr an. Ja, ja. Kann ich irgendwas davon blocken? Okay, das da kann ich blocken, wenn er dann Dämmung macht. Ich kann die Kugel nicht kaputt... Hä? Okay, mit Normalde rein schießen, ging die Kugel nicht kaputt. Mit dem Missreis gegen die Kugel nicht kaputt. Okay. 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 Kann ich irgendwie Easy-Mode spielen oder so? Bitte. Da. Oh. Ich krieg die scheiß Kugel nicht kaputt. Alter! Spring doch über... Ihn... Öh! Die Hitboxen sind so weird. Du kommst fast nicht über ihn drüber. Was ist das für Hitboxen? Könnte man das da auch blocken? Also mach's wie durch die Kugel. Hat die zu normalen Schüssen? Was geht das am besten kaputt? Ich verstehe nicht. Warum? Ich weiche halt nicht aus. Ist okay. Malen? Nee, vergiss es. Ich versuche die ganze Zeit zu springen, um den Dash zu benutzen. Ich prall aber immer an ihm ab. Aha. Wo ist mein Easy-Mode, wenn man Easy-Mode haben will? Warum gibt das Spiel kein Easy-Mode? Ganz ehrlich. Ich kann jetzt schon sagen, ich weiß nicht, ob ich das Spiel beende so. Da. Und? Mach's wieder. Oh ja, das war begann. Damit? Ja. Lass mich aus der Ecke raus! Was soll das? Nee. Ganz ehrlich. Nee. Das kann ich nicht blocken. Okay? Okay. Und ich glaube, das bringt nichts ohne Misser ist. Ich glaube, das mit Misser ist sinnvoller. Kann ich das? Nee, das kann man alles nicht blocken. Das könnte ich mal blocken. Oh, aber das ist ein kleines Fenster. Okay. Das kann ich nicht blocken. Ich möchte die Sache, die du blocken kannst. Hallo. Lass mich doch über dich drüber springen. Was ist... Alter, das Fenster ist so klein. Ich versuche gerade nur zu gucken, was los ist. Aber allein das finde ich schon scheiße. Warum? Willst du den Boss nicht besiegen? Was? Du hast voll die Plot-Pist verpasst. Willst du die Katzen sehen? Wir können die Katzen nochmal angucken. Plot-Wissen. Ai, ai, ai. Gibt es eine Taktik gegen den? So. Fang halt damit an! Was ist dein Problem? Ich krieg das nicht! Ah! Au! Nein! Alter. Nee. Das ist halt der Scheiß. Das ist... Das ist nicht fair. Alter, der ist nicht fair. Was ist's? Ja... Ja... Der... Kenne ich. So, den da. Okay. Was bedeutet gelb schon wieder, heia, was bedeutet gelb? Mach doch den scheiß Ding, Schamhalter. Ja, aber ich krieg ja nicht mehr das Ausweichen hin. Guck mal, ich komm davon nicht weg? Ich komm nicht weg? Mach halt wieder den. Ja, ist okay. Ich will nicht mehr. Der fühlt sich legit grad nur unfair an. Ah, Gold bedeutet im Mund gegen alles. Also wenn er Gold ist, kannst du gar nicht einreißen. Und sonst bedeutet die Farbe ist er im Mund gegen, wenn er Lila ist, ist er im Mund gegen Blaster. Und wenn er rot ist, ist er im Mund gegen Missiles oder was? Oder welche Farbe es er für Missiles. Immunität. Ich will das selber nicht mehr wirklich spielen. Ich bin grad auch an einem Punkt, wo ich sagen würde. Eigentlich würde ich das jetzt gerne einfach weglegen und vergessen. Ah, blau, blau, blau. Okay, blau. Ja, blau. Bla, blau. Hä? Blau und Lila. Das ist doch voll doof. Das ist doch voll nah miteinander. Ich mag es nicht, wenn ich spiele nämlich frustrieren. Ja, ich spiele aber nicht hin. Ganz ehrlich, die Bossfights, die ein klares Pattern haben, gehen. Hast ja gemerkt. Boah, fang halt damit an. Guck mal, ich... Ich komm halt nicht mehr aus der Ecke raus. Ich... Ey... Nee. Okay, jetzt wäre er gegen... Warum... Warum... Warum wehst du die nicht an? Ich verstehe nicht. Also wir sind jetzt gerade gegen Lila... Ist das jetzt Lila oder ist das Blau? Ist er jetzt gerade gegen Missiles? Immun? Oder ist er gerade gegen... Also ist er jetzt gerade gegen... Nee, das ist normal. Nee, warte. Hä? Ist jetzt Lila... Lila ist gegen Chargewaffe. Also dann muss ich mit Missiles draufhauen. Das ist alles so inkonsistent. Ein Boss ist mega. Das Pattern einfach lernen und machen. Und dann kommt einfach ein Boss, der... Da geht ein Scheiß drauf. Macht einfach etwas, was er Bock drauf hat. Also gerade... Gerade auch. Ganz ehrlich. Wenn er einfach mal entscheidet... Erstmal Chargeangriff. Was soll der Scheiß? Ich komm halt nicht mal rechts... Wie? Ich will doch nur über dich drüber springen. Oh, was hast du für eine Scheiß-Hitbox? Strike for real. Oh, alter. Nee. Ich krieg das nicht hin. Ah! Hör doch auf! Junge! Er fühlt sich einfach so nicht fair an. Er fühlt sich so nicht fair an. Das Ziel macht's grad nicht einfacher. Komm! Spring doch! Oh! Gut, dann mach halt keinen Dash. Ist okay. Lass mich doch über dich drüber springen. Nee. 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 Ich hab kein Lust das Spiel dabei mit meinem letzten Boss abzufrichten. Aber ich hab keinen Bock auf den Boss. Ich habe so keinen Bock auf den Scheißboss. Ja, dann macht es ja noch viel einfacher, dass mein allererstes Metroid ist. Spaß. Das Problem ist, ich will es auch nicht jetzt sagen, machen wir erstmal... Nee, ich habe keinen Bock auf dich. Ja, nee, nee. Lass, lass mal. Nee, nee, lass mal. Ich schaffe es halt nicht, dieses Scheißteil kaputt zu machen. Ja, schon. Ja, gut. Kann ich hier oben leben? Kann man das EG anders kaputt machen? Hm. Ja. Ist okay. Ja, ist gut. Ich kriege das Ding halt nicht kaputt. Das darf nicht wahr sein. Komm, lass mich doch... Ich verstehe die Hitboxen nicht. Warum trifft er mich zum Teil mit den Sachen... Warum, warum falle ich so dermaßen an ihm ab? Das ist doch behindert. Was ja auch scheiße ist, wenn... Ich stehe weit weg, damit ich genug Zeit habe, die... Was auch immer das für eine Voidkugel ist, kaputt zu machen. Dann macht er direkt das fucking Dreieck. Da muss ich nah an den Rand brauche, dafür mein Aeon, damit ich... damit ich randaschen kann. Dann habe ich kein Aeon, um auszuweichen, weil er danach direkt chargt. Alter, da ist ja jeder Scheiß... Da ist ja jeder Final Fantasy Boss einfacher. Also jeder Final Fantasy 14. Das ist ja... Das ist ja Shiva einfacher. Kann ich wieder Shiva spielen? Kann ich wieder E8 machen? Savage, bitte. Das ist einfacher. Light Rampard. I don't care. Ich hatte gerade lieber Light Rampard als das. Ganz ehrlich. So viel lieber. Und auch wenn ich gestört bin von dem scheiß Light Rampard, aber ich hätte lieber Light Rampard als das. Light Rampard frustriert mich weniger. Da weiß ich wenigstens, was ich falsch gemacht habe. Und hier fühlt es sich einfach... Die Hitboxen sind echt. So. Oh, das mal fängst du damit an. Kann ich da wegspringen? Okay. Okay. Ich kriege den Dodge nicht hin. Äh, den Dodge. Den Parry. Ich kriege den Dodge nicht hin. Ich kriege den Dodge nicht hin. Nee. Vergiss es. Ich schaff's nicht. Das ist so teig. Lass mich... Jetzt habe ich wieder das Problem. Ich komm da nicht weg. So. Ja, okay. Mach's halt irgendwie kaputt. Okay. Wow, wow. Ich habe einmal getroffen. Amazing. Nein, lass mich doch weg aus dieser... Lass mich doch aus der Ecke weg. Junge. Heia. Heieiei. Das ist doch nicht unfair. Okay. Okay, da kann man rausspringen. Wow. Alter, ich habe die erste Phase. Wie habe ich die geschehen? Ich habe gerade nur Scheiße gemacht. What the hell? Also, ihr hör auf. Ich habe kein... Ach, nö. No, don't, no. Jetzt ist nicht mal die mit Luft frei. Auch, du bist doch ein Arschgesicht. Heia. Kannst du nicht tun. Kannst du nicht so scheiße tun. Haua. Alter. Kannst du nicht so sche... Ha. Ha. Ja. Hä? Wie? Bitte was? Muss ich unbedingt runter? Oh. Nee. Lass mal. La, la, la. Uah. Eieiei. Nein. Oh. Ich will nicht mehr. Wie weiche ich dem aus? Hä? Ich verstehe nicht. Was? Wie? Hä? 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 Ich verstehe nicht. Kann ich bitte Phase 2 üben? Aua. Laser mich halt. Ich... Hä? Hä? Ich verstehe die Attacke nicht. Hello Bird ist auch ein Zinniger. Holy fuck. Okay, was mache ich, wenn er in der Luft ist? Er hat einmal den fetten Laser. Wenn er auf mich zielt, dann macht er 3 Milliarden Missiles. Ich habe nicht genau verstanden, wann er aufhört. Muss ich um ihn rumgehen da? Weil ich... Ich kann ja nicht... Ich kann ja nicht durch die Attacke dashen, ne? Durch die Attacke dashen funktioniert nicht. Okay, die Void-Kugel... Ja. Bayern, ich zähle gerade 3000 Sachen auf. Ja zu schreiben hilft mir nicht. Um ihn herum... Nee, ich will nicht um ihn herum springen. Ach, nö. Ich finde das scheiße. So oft, wie es mir jetzt schon Input genommen hat von springen. Ganz ehrlich. Nö. Keine Lust. Hm. Hm. Und dann hat er den Wall-Dash und den Boden-Dash. Womit ich dann noch mehr Scheiße. Hm. Okay. Okay, probiere ich das nochmal mit... Rein-Dashen und raus-Springen. Okay. Ah! Ah! Ah, fuck. Den hab ich nicht geruscht. Hm. Hm. Au. Nee, nicht in die Ecke. Hör doch auf! Lass mich aus dieser Ecke raus! Hallo! Meine Güte. Okay. 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 Hey. Was? Ich bin grad verwirrt. Warum hat er grad nicht Ding gemacht? Okay. Ich würde ich aufgerät, dass das nicht gekommen ist. Okay. Zweite Phase. Du hast mit sechs, sechs Energy-Tanks. Holy shit. Wie viele hab ich? Acht? Wie weiche ich dem aus? Das hab ich jetzt grad auch nicht verstanden. Oh. Ah, ich komm schon durch. Okay. Nee, das krieg ich nicht hin. Was? Ich... Ich krieg den nicht hin. Die Attacke krieg ich nicht hin. It's too late. Oh shit. Oh shit. Fuck. Nee, das reicht nicht. Nee. Ich kann dem nicht ausweichen, ne? Nee. Weil... um ihn rumspringen ist auch zu langsam, nicht? Ich... Ich versteh nicht. Kann ich ihn da abbrechen davon? Aber... Ja, okay. Kann ich ihn davon abbrechen? Kannst du damit auf... Ich... 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 Nee, mach doch nicht schon wieder... Ich versteh dir. Nee. Hm, hm. Okay, erste Phase versteh ich. Ist es nicht... Ist es nicht lustig? Kann ich einfach direkt die zweite Phase üben, bitte? Das um ihn rumspringen funktioniert so schlecht? Kann man das irgendwie... Nee, er prunkt, dass er hat gerade... Hm. Das ist halt... Es wird auch nicht konsisten. Einmal schießt er irgendwie dreimal so... Einmal hat er extrem lange beschossen. Das andere Mal hat er ein Gefühl nach... 100 Schüssen aufgehört. Das andere Mal 300. Ja, mega fe... Ja, ich weiß nicht. Ich kann ja nicht so einen Easy-Pattern haben wie das Experiment. Das war viel einfacher. Ja, hm. Shoot. Was soll der Scheiß? Lass mich über dich drüberspringen. Sei doch nicht wieder so unfair. Ja, ja. Ich spürte mich einfach die ganze Zeit in die Ecke ein. Das ist so dumm. Ja, ist okay. 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 Ja, oh, oh. Ja? Was willst du? Hallo? Okay, der war gut. What the fuck? Ja, die zweite Phase. Schön. Nice. Ja, geil. Ui. Alter, ich kann das überspringen nicht. Ich krieg das nicht hin. Ah, fuck. Ja, okay. Was ist das? Was ist das? Alter. Was ist das? Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Komm, nimm doch meine Sprünge an. Ich bin nicht das. Nee, hör doch auf damit. Bitte. Mach ich die. Hey. Ey, das flirgt nicht. Spring doch, holy fuckaroni! Das nervt mich dezent. Ist okay. Kannst du nicht mehr den Dash machen, bitte? Kann ich bitte irgendwo Leben herbekommen? Was ist denn jetzt an? Lass mich doch euch daschen! Kann ich mir was schneller? Mach das nicht nochmal! Mann! Hör doch auf! Ich hab hier jetzt keine Ahnung wo seine Hitbox ist. Lass mich doch aussehen. Das war's. Oh Gott. Nein! Oh, Junge. Mach's nicht. Nein, hör doch auf, du Scheiß. Das ist echt nicht lustig. Ja, wow. Geil, da hat nur Reitflügel. Wie schön. Heia. Hm, dritte Phase. Toll. Amazing. Okay. Rip it out, I guess. Was ist das für ein Scheiß? Was? 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 Nee. 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 Ich hab keine Zeit. Wann soll ich die Powerbomb machen? Nee. Nee. Phase 2 war, ehrlich gesagt, schon schwer genug. Es wird auch so schön, dass man jetzt noch alles von vorne machen darf, ne? Das ist herrlich. Peek. Na gut, ey. Können wir irgendwas anderes spielen? Hm. Das Problem, was ich halt auch habe, wenn ich die Powerbomb verwende, seh ich erstmal nix. Das ist auch scheiße. So. Und dann mach dein Riesenlaser dort, wo ich bin. Hm. 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 Meine Fresse. Dieser Fight, ey. Das ist so. Wie, wie, shit. Da, da sperrt er mich schon wieder in der Ecke ein. Hör doch auf, mich in die Ecke einzusperren. Ja, ist okay. Dann müssen wir äh. Okay. distinguishرف vai. Ihr. Wie, Mann! Ja. Sehr. Okay. Ja. Lass mich doch daschen, spiel! Bis zum nächsten Mal. Okay. 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 I suppose it's actually awesome. Alter, was hat mir Ding abgebrochen? Hörst du auf? Wie weiche ich dem aus? Ich versteh nicht. Hä? Wie weiche ich? Was? What am I supposed to do? Ich versteh nicht. Nimm doch meinen Doppelsprung an. Nimm doch meinen Doppelsprung an. Ich versteh nicht. Ich versteh nicht. Ich versteh nicht. Ich versteh nicht. Nimm. M-m. Ich möchte irgendwas anderes spielen. Irgendwas was mehr Spaß macht, als das. Hey, das macht ehrlich null Spaß. Und ich hasse es, wenn ich von Spielen frustriert werde. Ich mag das nicht. Das frustriert mich halt auch, dass es meine Input zum Teil nicht annimmt. Ich drücke ja Ding. Doppelsprung. Was macht sie? Sie fällt einfach runter, sie springt halt einfach nicht. Das ist ja vorher gemerkt beim Dingsboss. Beim Experiment. Manchmal auch einfach nicht gesprungen. Ich weiß nicht, was ich von diesem Post-Design halten soll. Das ist mein Problem. Ich finde das Post-Design einfach nicht gut. Das ist mein Problem. Nehmt doch meinen Ausweichen an, bitte. Nein, mein Ausweichen. Vielen Dank. Ja, ist nicht cool. Alter, jetzt! Das verarsch ich doch. Mach's halt aber dreimal so lange. Spring doch, Samus! Holy fuck! Junge, wenn ich doppelspum mache, mach den Fakes, den Scheiß. Doppelspum. Mach's doch nicht nochmal. Ja, das war der Scheiß. Was ist das, hätte das sein sollen? Hä, Fies? Jump, jump, jump. Okay. Oh, nicht oben. Oh, Junge. Kann ich hier ein Save-State haben? Ab hier, bitte. Das kackt mich halt auch so, dass ich alles nochmal machen muss. Das ist so doof. Mann, ich bin doch noch das im Kaputtmachen. Ja, ist okay. Oh, das hätte ich blocken müssen. Ich sehe halt... Darf ich bitte weg? Holy. Ja, ist okay. Okay. Oh! Sprich doch, Samus. Ich weiß... Alter, Samus. Ich kann keinen Oppersprung hin. Ich kann grad heulen. Nee, bye bye. Das war jetzt das letzte. Ja, I don't care. I don't fucking care. I don't fucking care. Wenn ich es jetzt noch einmal mache, dann heul dich. Und das will ich nicht. Ich höre jetzt schon fast. Das Spiel ist... Können sie nicht wenigstens nach der zweiten Phase einen Save-Spot machen oder so? Dass man ab da weitermachen kann? Nee, kann man nicht, ne? Das wäre ja zu viel verlangt. Das nervt mich, das Spiel nicht fertig zu machen. Aber... Wenn das Spiel mich aus Frustration zum Heulen bringt, ist das einfach nicht mehr gut. Das ist halt... Was ich gemerkt habe, overall... Hitboxen sind so komisch. Die Hitboxen sind größer als die meisten Sachen. Du wirst zum Teil so behindert zurückgeworfen, dass du dann einfach... Ja, du bist halt in der Ecke gefangen. Shit for you, I guess. Wenn sie... Wenn sie... Die Hitboxen sind... Die Hitboxen sind einfach komisch. Der Knockback ist komisch. Der fühlt sich scheiße an. Wirklich... Da fühlt sich nicht gut an. Dennoch fühlt sich mega unfair an. Weil du kannst dann erstmal nichts tun. Da bist du in der Ecke. Und dann haut du dich einfach noch dreimal in die Ecke. Und das ist ja gut. Ich komm nicht raus. Und dann ist es... Keine Ahnung. Das Handling ist auch... Das Handling ist halt auch einfach nicht gut. Ich... Weil ich ständig 3000 Tasten gleichzeitig benutzen muss. Und das ist einfach... Das ist nicht angenehm. Dann hilft Morph Ball. Trifft er dich nicht in Morph Ball? Oder wie? Ja, wow. Aber ich will eigentlich nicht in der Ecke eingesperrt sein. Ja, wow. Das Problem ist halt einfach das mit dem Zielen. Das Zielen macht das... Oh, das macht das so kompliziert. Und da bin ich am Zielen. Gleichzeitig versuche ich irgendwie noch R-Taste zu drücken. Damit ich die Messer jetzt aufladen kann. Und gleichzeitig versuche ich noch mit... Mit den... Mit dem Joy... Mit dem Joystick... Mit dem linken Joystick plus A wegzudaschen. Alles gleichzeitig. Das ist einfach... What the fuck? What the fuck? Außerdem finde ich die... Die Dingskugel stirbt zu wenig schnell. Diese Graffiti Kugel da. Wie viele Hits halt hält die aus von Missiles? Muss ich direkt mit Missiles drauf gehen? Wird das besser funktionieren als mit einem aufgeladenen? Keine Ahnung. Ich habe auch nicht wirklich Lust, das zu testen. Sieben Missiles ist doch ein Scheiß. In der Zeit, während ich Missiles auflade und versuche auf das zu schießen, dann macht er halt schon die nächste Mechanik. Aber dafür müsste ich halt das zielen können. Das kann ich nicht. Das sind einfach drei Milliarden Sachen, auf die ich gleichzeitig gucken muss. Jetzt gibt es irgendwas zum Spielen, was mich runter verholt. Irgendwas zum Chillen. I don't know. Ich möchte... Ich möchte nicht den Stream angepasst aufhören. Die Bullet zentriert, ja. Gibt es irgendein Spiel, was cool ist, was ich spielen könnte, was chill ist, was... ...zu mich runterfahren. Zu mich beruhigen. Habe ich irgendwas auf der Switch, was mich beruhigt? Mario Golf spielen. Ja, bei der Punkt ist, ich bin jetzt schon über eine Stunde dran. Ich bin jetzt bald an anderthalb und... Nee. Ich hatte Switch Online. Ja, habe ich. Warum? Picross. Hahaha. Picross. Ich habe zu viele Spiele auf dem DS. Warte mal einen Moment. Ich muss mal kurz die Kamera ausstellen, wenn ich hier rumdudle. Sieht vielleicht nicht so steilig aus und krass hier aus. Ich muss mal Just Dance spielen, das wärs doch. Picross. Mario Paint. Bitte was? Kann Pokémon weiterspielen? Oh, ich habe Luigi's Mansion nicht fertig gespielt. Schande über mich. Irgendwas, was mich nicht tiltet. Habe ich Spiele, die mich nicht tilten? Gute Frage. Anscheinend hielt ich mich ja gerne. Ist mein Hobby oder so. Keine Ahnung. Ich verstehe nichts. Wo sind denn meine anderen Spiele? Gute Frage. Ähm. Ich versuche gerade nur meine, alle, alle meine... Wo sind alle meine, alle meine, alle meine, alle meine Switch Spiele? Tekno. Switch. Wo ist meine Switch? Arams 4D Tilt. Was? Nein. Wo ist es? Kein Arams 4D Tilt. Da, okay. Ich hab, ja. Ich hab meine Switch Spiele gefunden. Single Chill. Single Chill ist das Spiel, was nicht tilt. Hades. Ah, das tiltet gar nicht. Ne, Monster Hunter Stories. Aber ganz ehrlich, Hades tiltet weniger. Hades ist auch scheiße schwer. Ganz ehrlich. Hades ist schwer. Aber es tiltet weniger. Wenn du mit dem Dash wenigstens unverbund warst. Smash. Das wär's doch. Ne, warte. Was hab ich da noch? Animal Crossing spielen. Ja, wo ich gar nichts habe. Perfekt. Ring Fit. Das wär's. Einfach mal richtig fit spielen. Wieso hab ich da auch noch was drin? Es gibt Taikon und noch Tatsujin. Was ist das denn? Aber Game Pass Sachen müsste ich halt erst runterladen. Ich weiß gar nicht, was ich hab. Ob ich irgendwas noch runter... Ich hab theoretisch Final Fantasy 12 runtergeladen. Da, Film gucken. Das Trommelrücken-Game. Ach so. Ah, I know which one. Ja. Aber Problem steht, es ist nicht runtergeladen. Ich kann schlecht Dinge spielen, die ich nicht runtergeladen habe. Es geht sonst drei Jahre. Irgendwas. Irgendwas. Was haben wir da so? Donut County. Das wär's doch. Was hab ich denn alles runtergeladen? Portal Bridge Constructure. Ja, das bringt nix, wenn mein Internet Pups ist. Was? Oh ja. Bridge Constructure. Super. Ja, dann. Wir machen... Bridge Constructure for Detailed, I guess. Dann pack ich mal meine Switch auf die Seite. Warte. Ich mach ein Bild nochmal aus. Was? Was? Und ich muss kurz einmal eben umstecken dafür. Einen Moment. Bitte. So. Da bin ich wieder. Von unter meinem Tisch hervorgekommen. Hoch. Ich muss noch die Switch ausspüllen. Ich hab Mario Golf. Das wär auch was. Oh, ich hab die Anfalt Demo. Ich könnte Wound King spielen können. Nein, ich spiel nicht Yu-Gi-Oh! Ich kann kein Yu-Gi-Oh!